Hi, hier ist Svenja und eigentlich wollte ich eine Art Online-Gitarren-Magazin machen. Weil ich gerne schreibe. Besonders über Gitarren und über das Musikmachen. Aus dieser Idee entstand mein Blog und daraus dieser Kanal. Seitdem gibt es jede Woche neue Videos zu Spieltechnik, Theorie. Heute geht es in dieser Serie um Sechsten. Jedes Intervall ist zum Beispiel Häufchen Country zu hören. Und vielleicht auch die eine oder andere Inspiration für dich. Ja, Gitarrenkanäle gibt es viele, aber vor allem von Typen. Fehlt mal Zeit, dass da mehr Frauen mitmischen, oder? Wenn dir meine Videos gefallen und du mich unterstützen möchtest, abonniere meinen Kanal. Natürlich gibt es hier in Zukunft noch mehr zu sehen, also vergiss die Glocke nicht. Wenn du mich außerdem auf Patreon unterstützt, erhältst du Extras, zusätzlichen Content und mehr. Klick einfach den Link in der Videobeschreibung. Danke, dass du hier bist und bis zum nächsten Mal. Keep grooving!